habe ich das ist upgrade gleich die nächste stufe weil ich auch hier ja das ist ja das circuit das ist nummer 4 dahin und du kommst dahin und sogar nur drei dahin und dann kann ich ich weiterlaufen lassen doch dann haben wir hier jetzt das transport ist das zweite dann doch dass wir es beide mechanical ist das dritte und die druckpipes glaube ich in das wird die thermodynamik und das wird okay also universal kabel ist gegessen sollte immerhin ich brauche jetzt davon einen wir nehmen hier uns mal gleich noch mal 8 raus jagen die auch gleich hier durch lassen die jetzt ganz unmöglich laufen habe ich hier acht ich glaube ich ach so das ist jetzt basic dann kommt der jetzt hier rein dann habe ich jetzt bei uns dann kommt er hier rein dann habe ich geliebt und dann kommt er hier rein und dann ist das ultimate warum habe ich das jetzt so gemacht ganz einfach wer noch weiß ich habe jetzt hier an meiner eine kiste hier ein advanced hängen und da macht es keinen sinn mit den aloys drauf zu klicken weil es einer zur verständung also dann müsste ich jetzt hingehen und sagen okay ich hänge jetzt noch acht sieben weitere kabeln das ist 18 dann geht er auch die acht umwandeln aber wenn ich da drauf drückt dann wandelt er auch nur ein um und die anderen 7 sind ja wie gesagt er geschenkt und das wir schenken nix her ein okay dann heißt es jetzt wir machen das so dann heißt es jetzt daraus und daraus und jetzt ist es sagt sagt darum ist es ist weg ok dann haben wir das da und dann hat mir die wo noch gegeben ich mache mir mal ihr stück und halt genau ich habe mich jetzt um die switch da oben auch für das ist es so funktioniert naja weg bleiben und zwar er gesagt ich soll mal mit nahe auf ende da drauf klicken so ist jeder besser geworden ist und auch mal drauf noch größer geworden ist und das war's so jetzt haben wir hier zwei vier sechs acht neun haben wir hier eigentlich eine doppelkiste glaube ich und was ist mit ihr mit ihr auch genau also die zwei sind jetzt eine doppelkiste ist das super ich bin schon so schauen wir mal rein nein das ist ganz normal und dann habe ich jetzt dann hier ein bisschen platz hätte gesagt ich wollte ich raus dann ziehe ich dich raus und ich bin ich da hin und dann hätte ich gesagt als nächstes weil ich bin ja noch lange fertig ich brauche jetzt noch einen crasher weil wir möchten ja die upgrades noch bauen also speed upgrade ist mit aus mir um das energy upgrade ist mit holz das filter dann habe ich noch ein mafler upgrade das ist mit weil das ich lege mich hin hier wird man nass ich habe immer noch kein dach gebaut ich muss mich schämen ich weiß ich stehe schon im eck ähm dann heißt es jetzt und was haben wir noch ein anchor upgrade gibt es jetzt junk loaded das ist für mich neu den kenne ich noch nicht der ist neu gas upgrade brauchen wir nicht muffler upgrade ja brauchen aber wir brauchen vor allem einen eine maschine der uns das macht und das ist das ist die metallic infuser metallik infuser metallik infuser bist du wort ähm ok dann habe ich gewusst warum dass ich nochmal vier schnitt brauche oder noch mehr ähm das heißt jetzt äh wir müssen ich muss da schnell nochmal gucken also ich habe gewusst dass ich das da machen kann ja ja ich glaube deswegen will er den auch verwenden ähm ich will machen äh gold gold das dafür brauche ich in enrichment chamber die gold ein crusher da ist er doch doch ein crusher genau so ok also das heißt jetzt gehen wir hin einmal und für den crusher brauchen wir zwei eis äh einmal lava ich brauche ein steel casing und das steel casing habe ich ja das steel casing müsste ich sogar noch hier drin haben jawohl haben wir dann brauche ich aber noch mal drei eisen labern erstmal nicht mehr einstecken lauter kabel machen äh dann müssen wir einmal hier hin weg nehmen können merke ich grad so ne das macht man drüben weil ich brauche noch vielleicht erläutern wie man hier ausgebremst wird so ok dann brauche ich krasse also dann brauche ich dann hier zwei normalen und dann brauche ich noch die redstone die habe ich nicht da aber hier sind ja die wegen kurz und das war nicht ironisch gemeint war normalerweise kenne ich mich dass ich nach vorne rennen muss und dann brauche ich noch mein casing und dann habe ich hier meinen krasse dann schlage ich nicht mal schnell weg und dann heißt es jetzt für mich wir haben ja jetzt festgestellt wir brauchen für die upgrade zwei habe ich noch mit upgrade das ist die upgrade brauche ich jetzt aus mir dann mache ich jetzt aber erstmal die goldenen ach ich nehme jetzt gleich mal ins deck mit ja egal hole ich gleich weil das soll schon mal laufen ok also also diese diese reihe hier was ihr seht die wird noch ein paar mal entstehen oder vielleicht sogar nach hinten dass ich aber nochmal links und rechts einen weg mache und dann nach hinten das macht also ich brauche noch aus mir gesagt dann möchte ich auch mal gleich nochmal ins deck mit und ich brauche auf jeden fall stahl und davon brauche ich mindestens ich sage jetzt einmal acht also neun stück gut dann nehme ich mir von hier 26 glas mit dann habe ich jetzt meine eimer drin aus ich habe doch noch 30 upgrades die werde ich jetzt auch gleich verwenden habe ich dann kommt da hin dann genau hier und ich brauche das da hier dann machen wir mal gleich nein ich mache gleich fünf stück und du kommst du dann da oben rein und ich gehe mir eisen holen und ich brauche auch nochmal gleich redstone als 1 deck redstone und 1 deck heißen dann habe ich den da schon mal bei dem ich weiß nicht heißen und hier schmeiß ich ins deck restern rein und hier schmeiß ich ins deck restern rein Jetzt auf die höchste Stufe gestellt. So, ah, ich hab noch ein Holz da, das ist gut. Ich komm jetzt hier ins Holz rein. Was brauchen wir? Great. Das nächste. Meine Hand ist schon drauf. Ja, mehr Redstone. Mehr alles. Okay, dann nehm ich mir noch mal ein Stack davon mit und noch mal ein Stack davon mit. Ja. Warte. Ja. Nein. Und ich brauch auf jeden Fall... Was war das noch? Das nächste ist Osmium und nehm ich mal 10 mit und Gold nehm ich auch noch mal 10 mit. Und jetzt gleich bauen da hin da hin nicht. Ich. Also, machen wir dann aus. Wir gehen da. Die nächste. Und Autosort von. laut. Und dann noch ein. Da haben wir nicht. Ich bleibe auch gleich rein. Und hier wird man auch. Ich glaube ich weiß, was ich als nächstes machen. Und das wird für ihn. Ähm. Ja. Dann hab ich die hier. Okay. Dann kommst du hin. Dann brauchen wir hier die nächsten acht. dann haue ich die hier rein und dann die die nächsten acht und dann haue ich die hier rein und nochmal die nächsten acht und ich brauche dich hier rein so dann lasse ich jetzt als nächstes gestrahltrecken ich freue mich schon drauf auf gestrahlen kommt richtig auf gestrahlen so, dann kommst du mich jetzt hier hin eins, zwei du kommst da rein und du kommst ja, du kommst da rein du kommst raus brauche ich von dir jetzt auch schon mehr eins von vier grüß Gott ja, aber das ist doch viel angenehmer, ne das heißt ich brauche noch ein wenig mehr Stahl ähm brauche ich mehr Eisen brauche ich mehr Glas brauche ich mehr also das heißt wir haben jetzt gemacht neun Stück das ist ja viel zu wenig wir brauchen jetzt immer also ich sag mal drei Minimum das heißt drei, sechs, neun, zwölf brauchen wir auf jeden Fall schon mal drüben und dann habe ich ja noch die anderen und ich glaube ich brauche nochmal einen dann nehme ich nochmal Glas mit und ich brauche jetzt den Speed Upgrade brauche ich Cosmium dann habe ich dann meinen ganzen Steck dabei dann kann der nämlich schon mal loslaufen ok das nächste ja dann kannst du draus auch raus ich habe auch gesagt ich kann das nicht verdammt die sind alle weg verdammt verdammt ok dann brauchen wir nochmal Eisen ich ich nehme mal gleich zwei mit da habe dieses Mal meine Maus richtig das gemacht so ich rein da das Eisen hin was ich jetzt habe ach das Eck da war nochmal Eisen ja alles egal ähm nächste bis jetzt habe ich es mal noch nicht gemerkt das ist das ist das ist worüber ich mich freu das ich mir noch nicht jedes merke das das ich mir noch nicht jedes das die denn jetzt ist der fertig ich und jetzt noch Osmium und dann habe ich hier den von uns erst aus mir um durch und ich kann gleich dann gleich das in den nächsten stecke durch rennen lassen und hier kann ich gleich den Stahl durchlaufen lassen so so weiß ich habe ich noch nicht drin da kommen jetzt drei Stücke rein und hier habe ich und weiter noch der dritte rein perfekt und jetzt ah ok dann heißt es jetzt da kommen jetzt auch drei rein da kommen jetzt auch drei rein äh schon drin zwei rein wo ist man angenehm und dann packt man die mal hier hin so und dann haben wir jetzt Osmium da drin und jetzt geht es ab und jetzt haue ich nicht gleich komplett hier rein mit Upgrade das heißt ich kann da eigentlich zwei rausnehmen ähm ja ja nein weiß nicht dann hätte ich mal gesagt dann hätte ich mal gesagt dann hätte ich mal kurz raus ich mal kurz rein dann hätte ich mal kurz rein dann hat natürlich einen Vorteil ähm dann ich davon nochmal hier wir können die 60 Stücke jetzt auch durch ach das ist nochmal eine andere Geschwindigkeit hier oder da haben wir Energy drin da haben wir Speed drin also der Ballet da jetzt mal richtig also so davon zwei noch genügend nein dann hätte ich mal gesagt davon vier und davon vier dann weiß ich dass ich davon nochmal 8 Stücke 8 Stücke wie viel habe ich drin von Energy oh die nein noch Energy habe ich schon drin ist egal kann jemand brauchen und dann auch jetzt nochmal Osmium 8 Stücke im Bild geht alles Glas aus vom Speed habe ich hier drin zwei das sind dann sechs das sind nochmal Speed Energy habe ich hier auch schon drin Speed habe ich jetzt den dritten und da habe ich noch gar keinen Speed drin ok ok gut dann hätte ich gesagt machen wir davon nochmal zwei klack 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 hoffe äh fast richtig nochmal Holz holen scheitert am Holz nein doch aber nicht lang warum das ich jetzt sieben mitgenommen habe einfach so ähm ähm oh das ist hier als AdWords AdWords habe ich doch schon ah nehme ich ihn da ok das da weg tausche die mal und brauche die nicht alles dafür vier Stück da hin ähm Mist wenn die Arbeitsplätze ausgehen die auch davon den nächsten genau ha 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 ähm ich brauche den da da haben wir die haben wir das haben wir das haben wir das kommst du da hin und du kommst da hin da hin da hin und ich brauche hier da habe ich noch gar keinen Speed drin aber gesagt ne Energy haben wir ja davon nochmal acht ah ha 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 ja genau mir ist es glas ausgegangen je komm mal klar so hm mir ist es glas ausgegangen ja auch mal klar so aber es bringt mich noch auf eine sache das ist nur macht ich will noch schnell was bauen bevor wir uns verabschieden ich habe noch drei minuten ich schaffe das ich schaffe das melting müsste das sein dafür brauchen wir zwei davon wir räumen dich mal schnell leer da kommst du da rein du kommst da rein wir schauen noch mal und oh ja auch ein energize smelter das heißt zwei glas hier ist alles da haben nur nicht den den freund hier den haben wir hier ich freue mich hier unten dann hin als zukunft dahin dann haben wir gleich und das kommt dann haben wir hier glas und dann haben wir hier und kommst du hier rein man weiß ja ich glaub's ja wir möchten keine freunde nein dann haben wir jetzt den basic smelter factory ich auch mal dann davon hier ich finde es einfach nur schlimm das ist durch das dahin das dahin also ja das dahin dahin und habe ich auch noch dahin dahin haben wir noch die elite ist drin dann haben wir davon drei davon acht und ein und ein wir gehen was schöner man braucht um speed upgrades zu machen auch ich glas und dann machen wir erst mal einen ofen damit überhaupt glas herstellen aber das ist jetzt die schnellste möglichkeit vor allem das ding wird jetzt immer schneller turnus uns dahin und ich auch aus mir 12 ein jetzt der restliche 6 was ich halt faszinierend finde ist ich habe hier immer noch keinen Abfall von das ist jetzt nicht so, dass das Ding keinen Strom raushaut ja, da werden wir uns dann in der hoffentlich nächsten Folge, dann schaffen wir uns genau, so, ich habe, ich habe, ich habe auf jeden Fall sehr viel geschafft wir haben jetzt die ganzen Maschinen abgegradet auf Elite das müssen wir hier auch noch machen da muss ich gucken, ob ich glaube, so wird dann in Zukunft das Stahl hergestellt das macht man dann auch, entweder hier oder ich muss mir noch was anderes überlegen dann haben wir jetzt alles schön brav schon mal soweit vorbereitet das heißt, das Glas kann ich jetzt auch mal hier reinschmeißen das kommt hier auch rein dann habe ich hier noch ein ganz hohes Tier dann hauen wir mal hier noch ich und ich weg, das heißt, da kommen auch noch mal Tables hin dann wird es hier nochmal alles durchgeguckt wie gesagt, die werden jetzt auch noch auf die Elite hochgepusht wie jetzt alle anderen auch sind ich werde hier noch ein wenig was vorbereiten und dann werden wir uns beim nächsten Mal um die Energie kümmern damit wir kein Problemchen mehr kriegen wegen Ultimate Transport damit wir die Wasserräder da oben ein bisschen ja entlasten weil wenn die hier richtig laufen dann ist hier dann haben wir hier Weltuntergang genau wenn ihr Fragen, Anregungen habt oder mir helfen können nochmal, welcher dem Mechanismen ein Problemchen hier dann schreibt es mir doch in die Kommentare und wir sehen uns dann bis dahin bis nächstes Mal bis dahin ciao 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 ciao